Die Tagung hat gezeigt, der WDA hat geladen und alle sind gekommen. Das Auswärtige Amt, ZFA, die KMK und nicht zuletzt all die ehrenamtlichen Vorstände und auch Entscheidungsträger sind bei der Tagung dabei. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Auslandsschulen eine bedeutende Rolle spielen für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Wir sagen so nüchtern in der Außenpolitik, dass die deutschen Auslandsschulen unverzichtbarer Teil unserer auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sind. Aber dahinter verbirgt sich viel. Was mich immer wieder sehr bewegt, ist der Anteil des sozialen Lernens und das Mitgeben von Werten und dem, was wir auch zeichnen als das Deutschlandbild. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Vertretern der Auslandsschulen, mit Vertretern des Weltverbandes der Auslandsschulen, weil die deutschen Auslandsschulen das Flaggschiff auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik sind. Sie bringen den besten Beitrag zum Verständnis der Art, wie wir denken, zum Verständnis für unsere Kultur. Ich bin heute auch zu Ihnen gekommen, um dafür sehr, sehr herzlich zu danken für diesen großartigen Einsatz, damit in den Schulen diese pädagogische Arbeit möglich wird. Die äußeren Strukturen von Schul- und Unterricht, die materiellen Rahmenbedingungen, die Schulform oder spezielle Lehrmethoden, all das ist eigentlich zweitrangig. Auf den guten Lehrer kommt es an. Die Infektion gibt es wirklich. Erstens, ich werde Lehrer und zweitens, ich gehe anschließend ins Ausland. Und das ist eine ganz super Situation. Wir mussten einen wirklich aus der Mongolei wiederholen. Der wollte da bleiben. Wir gehen in die Welt hinaus. Erstmal ins Nachbarhaus vielleicht. Und dann in die Nachbarschaft. Dann in das nächste Dorf oder das nächste Land. Leute wie ich dann landen hier in Deutschland. Oder vielleicht in Mongolei. Ich freue mich auf die internationale Atmosphäre. Das ist immer ein besonders schöner Aspekt auch dieser Veranstaltung. International und dennoch deutsch. Das geht. Die deutschen Auslandsschulen sind eine Erfolgsgeschichte. Und Geschichten sind dazu da, dass man sie erzählt. Dann sind sie auch lebendig. Das kann man sie gucken. Die deutsche Auslandsschulen sind eine Art��, der sie contratiert, bevor man sie in Deutschland schon mal weiter dotted. Das ist wahrscheinlich an der Erfolgsgeschichte. Die Opencat, wo sie in Deutschland 1 sind, bis zum nächsten Mal. 〜gn forgiven. Dieispiele aus genauer Erem�geschichte.